Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu DOOM. Es ist schön wieder hier zu sein, in dieser verdammten Hölle. In der letzten Folge haben wir die ersten Höllenbarone ausgeschalten. Auf diesen aufholen wir sie jetzt gleich ein kurzes Eindruck über die Olivia. Ich will jetzt nichts weiteres dazu sagen. Ich höre schon die ersten. Ah, da hinten. Nein, doch nicht. Was war das jetzt? Okay. Hoppla. Ich finde das von der USC markierte Ausgangsportal immer noch. Den Beinfeger müssen wir immer noch machen. Ich bin sicher, dass wir bald wieder drüben ankommen. Hey, ist das Vierfachschaden? Bald wieder drüben ankommen geht es rund. Ich wusste es. Schüsse Flaschen. Oh. Alter, ich habe aufs Bank geschaut da. Ja. Ja, told you. Ja. Ja, told you. Hier gebleibt. Ja. Was? Wieso nicht war das schon wieder das falsche Fans? Ah ja, das war das falsche Fans. Ich habe euch jetzt ein bisschen viele. Hö och. Guck mal. Du musst den da schreiten. Da waren zu Ende. Halt da. Du musst den da. Okay. Opa. Ich bin schon wieder. Aber. Das war's. Du hast doch keinen Rückgrat, Mann. Oh. Das schießt mich da von hinten. Oh. Du schießt mich da von hinten. Ups. Oh, fuck. Ein Baron. Ach, so ein Kack. Ich glaube, ich sollte mir die Vierfachschaden aufheben. Na ja, egal. Schwierig, wenn ich auf die Workshop gehabt. So. Du gelehrt, um fortzufahren. Jetzt haben wir sich gleich einmal die Beinfeger. Ich muss mich immer schauen, dass ich das rechte Bein erwische. Schnauze. Schnauze. Nein, das rechte Bein. Ja. Nein. Nein. Alter, gib mir dieses. Jawohl. Drei von vier. So, jetzt zu dir. Oh. Aufs Maul. Knauze. Ah, jetzt war er ein Umbruch. Oh, das war er. Piu. Juhu! Push. Nächste. Adolf. Oh, jetzt hätte ich das zwei. Na warte mal. Mist. So. 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 Wo ist der zweite? Der ist fettig. So. Wo ist der Baron? Ah, da kommt er. Wow. Oh, zwei Barone. Ha. Mit Leichtigkeit. Huh. Hey, cool. Wir haben alle Waffenpunkte. Ein Beinfeger fehlt uns noch. Ein einziger. Oder? Ja. Opa. Den hätte ich gern noch. Ach ja. Welch freudiges Ereignis. Ich will noch nicht weitergehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da noch irgendwo was sein könnte. Oh. 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 Die brauchen wir nicht. Und Raketen haben wir auch auf marx. Die gehen ja davon aus, dass ich nur mit Raketenwerfer durchrenne anscheinend. Na gut. No hidden extras. Nope. Dann rauf zum Ziel. Oh, Schrotfinken-Munition. Die ist jetzt gleich wieder wohl. Ja. Hallo, da bin ich. Ach, nö. Toll, wir haben die Beinfege nicht geschafft. Ist das unser Sarg? Beziehungsweise das Ding, auf dem wir aufgewacht sind. Das war's. Oh, wir waren eigentlich ganz gut dabei. Kurste Zeit zum Headbangen. Passt. War eine coole Mission in der Hölle. Ja gut, dann zurück auf den Mars. Zurück zu den Ursprüngen. Arscheneinrichtung. Zerstört. Du hast dich durch die Hölle gekämpft und bist zurückgekehrt. Aber jetzt erheben die Dämonen Anspruch auf den Mars. Du musst einen Weg finden, das Helm-Portal zu schließen, das Olivier geschaffen hat. Mach mal locker. Ist jetzt aber ja auch ganz gut durchgekommen, oder? Haben wir jetzt eh keine Rune verpasst? Ich hoff's mal nicht. Ey. Nicht einmal dumm hängen da. Na dann schauen wir mal. Wir kommen auf den Mars. Ich kann fliegen. Oh nein, doch nicht. Der Argent Tower ist zerstört. Das Portal kann nicht mehr von hier aus geschlossen werden. Die Höllenenergie entströmt einem Ort in ihrer Welt, den wir den Brunnen nennen. Aber du bist zurück. Der Einzige, der zwischen den Welten wandeln kann. Es gibt also vielleicht einen Weg. So. Was sind unsere Miss... Zehn hab ich von dir schon wieder gekillt. Verlorene Seele, so heißt die. Oh, drei Datenprotokolle. Cool, das erste haben wir schon. Fünf Dämonen mit der Kettensäge. Wer mag es schaffen? Töte einen Revenant, während er sich in der Luft befindet. Ein Revenant. Sind das... Was sind die Re... Ah, sind das die komischen Kugeln? Monster. La la la. Revenant. Oh, die. Den, während er sich in der Luft befindet. Okay. Achso, ja. Ähm... Nein, da haben wir nur einen. Wie sieht es mit unseren Waffen aus? Gut, die Feldruhe interessiert mich eh nicht. Kugeln durchdringen Ziele. Fürs Gasgewirr habe ich noch nichts gefunden. Nein, ich hebe mir die Punkte mal auf. Ich habe versucht auf Olivias Dateien zuzugreifen. Geh zum nächsten Terminal. Dann geben wir dir neue Informationen. Das ist vorherst alles. Aber das tut mir ja weh. Ich wollte nur mal schauen. Entschuldigung. Wer ist denn da? Oh. Oh. Nein! Ach, jetzt habe ich wenigstens wieder volle Gesundheit. Was? Ich lebe noch? Na gut, dann gehen wir halt mal da unten spazieren. Ups. Naja, viel hat nicht mehr geführt. Ja. Hätte man das auch geklärt. Ich wollte mir ja nur mal kurz den Boden von unten anschauen. Oh, oh, oh. Oh Mann, lad schneller. Ich spiele schon wieder fast eine Viertelstunde. Hätte ich eigentlich runtergefallen. Ah, jetzt war sie es. Ein schöniges Unheil. Ah, ne, ist das schon wieder so ein Jump'n'Run-Action, wo ich Angst habe, wo es meine Oberfläche bin. Bin ich hin? Ey. Hier da. Wo bin ich hier? Ich will mal weiterhelfen. Ich wollte ja absichtlich daher. Haha. Geheimnis gefunden. Uh, Wuttyp. Gar gut, den wir an dem Modell. Gibt es hier sonst noch was? Warte mal, wie kommen wir da jetzt? Aha. Schwuppdiwupp. Wieder zurück. Hui. Boah. Oh, nein. Hä? Nein. Was? Oh. Nein, ich war jetzt gerade überhaupt nicht verweht. Ich wusste von Anfang an, wo ich hin muss. Okay. Oh. Hä? Was habe ich schon gehabt, ich ziehe da, er zieht. Äh, lol. Was war das jetzt? Ähm. Was habe ich da jetzt gemacht? Kann mir das jemand sagen, was ich da jetzt geschafft habe, gemacht habe? Keine Ahnung. Ist da jetzt irgendwas? Ah. Lol. Geil. Alter. Klassische Karten. Dumm zwei. Ach, schade, kann ich nicht aufnehmen mit der Art der Schrot. Ist ja geil. Geil. Coole Sache. Hahaha. Das zweite Geheimnis. Und ich bin tot. Boah. Lucky Bastard. Also echt ist. Hey. Eine Rune. Vielleicht die Harden. Oh, so ein Glück hat der Doppelsprung jetzt fehlerhaft, weil er so zweimal hintereinander funktioniert. Achso. Ah ja, genau darüber muss ich. Speicherpunkt. Den nutzen wir, Leute. Weil ich jetzt nicht weiß, wie lange der nächste Part dauern würde, würde ich sagen, wir machen hier einen Cut. Und ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bye, du. Ich bin der Gaming Hook mit Paderfeld. Ciao.